Gut, dann heißen Sie alle herzlich willkommen zum letzten Blog im OpenStreetMapTrack. Es gibt nachher um 12.30 Uhr noch die Abschlussveranstaltung im Umweltbundesamt. Hoffe ich, dass Sie auch alle zahlreich noch kommen und an der Verlosung teilnehmen, wo es noch ein paar Bücher zu gewinnen gibt. Und ja, der jetzige Blog, das ist eine Gemeinschaftspräsentation, denn wir hatten insgesamt drei Einreichungen, die alle mehr oder weniger den gleichen Inhalt hatten. Sie haben sich nämlich alle mit dem Thema Indoor OpenStreetMap beschäftigt. Und deshalb heiße ich jetzt heute Frederik Kerber, dann Markus Götz und Andreas Hubel. Herzlich willkommen. Und die haben sich jetzt diesen 60-Minuten-Blog selber eingeteilt und werden dann Ihnen jetzt heute das Thema Indoor OSM vorstellen. Okay, danke für die Einleitung und hallo, herzlich willkommen alle zusammen hier bei dem Vortrag. Es soll um Indoor OSM gehen, das heißt Kartierung nicht nur von draußen, sondern eben jetzt auch nach innen. Räume kartieren, Gebäude kartieren und so weiter. Und ja, eben ähnlich wie in dem 3D-Blog schon vorher sind wir zu dritt, haben das aufgeteilt. Was wir quasi machen möchten ist so ein bisschen erstmal die Thematik einführen, motivieren. Warum sollte man das überhaupt machen? Wozu braucht man Indoor-Daten? Dann hat der Frederik eine Umfrage gemacht, die ja auch auf der Mailing-Liste beworben wurde. Vielleicht hat einer von euch mitgemacht, wo es darum ging, braucht man Indoor-Daten? Was für eine Relevanz haben die? Dann geht es weiter, wie kann man jetzt Daten vor Ort mappen? Das heißt, wie kann ich in einem Gebäude vermessen, wie groß ein Raum ist, wie das Gebäude alles zusammenpasst? Dann natürlich auch ganz wichtig, wie bringe ich das letztendlich in den OpenStreetMap? Das heißt, was gibt es da für Mapping-Schemen oder Mapping-Ideen? Und dann letztendlich auch, okay, was gibt es für Anwendungen? Und dann hoffentlich auch eine Diskussion zum Schluss, wo wir fröhlich mit euch angeregt diskutieren können. Zur Motivation eben mal, wozu braucht man überhaupt Indoor-Daten? Ich habe jetzt mal ein paar Gebäude zusammengeschrieben, die eigentlich meiner Meinung nach relativ eindrucksvoll beweisen, wie groß und komplex mittlerweile Bauten in Städten oder in urbanen Räumen sind. Das heißt, wir haben Gebäude mit fast 190 Stockwerken, wir haben Flughafen-Terminals mit 1,5 Millionen Quadratkilometern, wir haben riesige Shopping-Malls mit 500 oder mehr Geschäften, wir haben Universitätsgebäude mit einer halben Million Quadratmetern. Und es wird einfach wirklich total schwierig und komplex, sich dort zurechtzufinden. Gerade wenn man das Gebäude nicht kennt. Wenn man sich das mal vorstellt, zum Beispiel, man geht in Las Vegas, in das Venetian Resort und soll da in den 7000 Zimmern sein Zimmer suchen. Das wird relativ schwierig und man ist oftmals relativ alleingelassen. Weil es gibt zwar dann irgendwelche Zeichen, Symbole, okay, jetzt gehen Sie bitte da lang, da lang. Aber man hat einfach so ein bisschen seine Probleme damit. Und letztendlich ist es auch eben so, dass wir verbringen den Großteil unseres Lebens indoors. Das heißt, eine Studie von der USA hat gezeigt, okay, der Durchschnitts-US-Bürger ist etwa 90% seines Lebens im Innenraum. Und ich denke eigentlich, dass man das relativ auch gut auf andere Kulturen oder Länder übertragen kann. Gerade wenn man schaut, man schläft irgendwie vielleicht 8 Stunden, arbeitet 8 bis 10 Stunden am Tag, dann sind schon mal 18 Stunden weg, die man eigentlich innen verbringt, in den meisten Fällen. Und ja, wie schon eben angedeutet, es ist eben oft so, dass man jetzt nicht nur in einem Gebäude ist, wo man kennt. Das heißt, ich bin nicht immer nur in meinem Büro, ich bin nicht immer nur vielleicht am örtlichen Bahnhof, am lokalen, sondern ich bin eben auch irgendwie auf Dienstreisen, in Urlaub oder eben gerade auch hier auf der Konferenz. Man kommt erst mal hier und weiß nicht unbedingt, wo bin ich, wo muss ich hin, wo finde ich mich zurecht. Und das dient eben als Motivation dazu, das heißt, wozu brauche ich Indoor-Daten. Dann ist es eben auch so, wenn man sich mit Leuten unterhält, kommt immer wieder durch, okay, es wäre doch eigentlich ganz nett, wenn man die Navigationsanwendung, die ich von meinem Auto kenne, die ich von meinem Fahrrad kenne, die ich als Fußgänger draußen kenne, wäre es doch nett, wenn ich das eben auch für innen hätte. Und mittlerweile in der Forschung wird es schon relativ lang versucht, irgendwie zu erforschen, oder es gibt immer wieder verschiedene Ansätze. Das heißt eben diese Navigation auf den letzten Metern, das heißt, ich will nicht nur bis zum Bahnhof zur Eingangstür geleitet werden, sondern ich will bis zu meinem Gleis wirklich geleitet werden. Und eben auch dann Indoor-Positionierung, oder so sind solche Themen, die quasi in der Forschung interessant sind. Und eben jetzt auch in der Wirtschaft fängt es eben auch an. Dass Indoor-Dienste quasi zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, als Beispiel Google oder auch Navtech oder Bing haben jetzt mehr oder weniger für manche Gebäude, haben sie jetzt Indoor-Karten, die auf dem Handy verfügbar sind, beziehungsweise bei Bing ist es so, die kann man dann im Browser einfach, kann ich mir Shopping-Malls anschauen und eben dann auch durch die Stockwerke durchzoomen und eben schauen, okay, wie sieht die Shopping-Mall aus und kann meinen Einkauf planen. So als Leitfragen kann man sich vielleicht überlegen, wäre es einfach nicht schön, eben die Dienste, das heißt Navigation oder auch Karten, die ich einfach schon kenne, die ich auch, mit denen man quasi aufgewachsen ist und die man gewohnt ist, wenn man die quasi nach innen bringt. Das heißt, wäre es einfach nicht schön, wenn ich sagen könnte, okay, ich möchte von meinem aktuellen Standpunkt, möchte ich zum nächsten Kaffee irgendwie finden, den Weg. Und ich möchte eben nicht nur zum Eingang von der Shopping-Mall, sondern ich möchte wirklich direkt bis zum Kaffee. Oder man stellt sich vor, man ist am Flughafen und sagt jetzt, okay, ich bin in der Eingangshalle, wie komme ich zu meinem Check-In-Schalter, wie komme ich vielleicht noch zum Zeitschriftengeschäft und wie komme ich dann letztendlich zu meinem Gate. Und das einfach so, wie man es kennt, entweder vorher geplant, schon im Browser, zu Hause, schön am Computer, dass man sich das alles ansehen kann oder eben auch live auf dem Handy. Das heißt, dass ich auf dem Handy schauen kann, ich sage, ich bin hier und so und so muss ich jetzt laufen. Ja, und dann eben die Motivation, warum in OpenStreetMap. Ich denke, es wurde schon gezeigt, dass OpenStreetMap, beziehungsweise ihr als Mapper oder wir alle, dass wir eigentlich mehr können als kommerzielle Datenanbieter. Das heißt, wir können eine richtige Vielfalt von Daten irgendwie sammeln, unterschiedliche Typen, unterschiedlicher Detailgrad und es entsteht einfach eine Riesenvielfalt. Und dann eben auch, wie man in dem 3D-Vortrag gesehen hat, ist es eben nicht mehr so, dass es jetzt eigentlich OpenStreetMap ist. Weil es ist eben viel mehr. Und wie auch gesagt wurde, wir haben mittlerweile mehr Gebäude als Straßen und eben auch viele andere Objekte. Von daher, man sieht, dass das Interesse eigentlich jetzt nicht nur auf Straßen ist, sondern eben auch auf Gebäuden oder auf anderen Sachen. Und eben auch Indoor wird langsam zunehmend diskutiert, im Wiki, auf Mailinglisten oder irgendwelchen Blogposts. Und dadurch stellt sich einfach die Frage, okay, warum sollte man denn nicht versuchen, in der OpenStreetMap eben auch Indoor-Daten zu erfassen. So, von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Frederik Kerber. Und ich komme vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz aus Saarbrücken. und ich möchte jetzt in den nächsten 15 Minuten ein bisschen was zunächst über eine Umfrage erzählen, die ich zur Relevanz von digitalen Karten erstellt habe. Geht? Ja. Und danach dann auch ein bisschen was über zwei Ansätze erzählen, wie man mithilfe eines handelsüblichen Smartphones Indoor-Räume mappen kann. Doch zunächst zur Umfrage. Die Idee hinter der Umfrage war, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Leute die Nutzung digitaler Karten wahrnehmen und insbesondere natürlich auch mit einem gewissen Fokus auf dem Indoor-Bereich. Und deswegen ging es in dieser Umfrage, die über die Mailingliste auch später dann publiziert wurde, schwerpunktmäßig um einen Vorschlag für ein sogenanntes Open-Indoor-Map, sprich im Prinzip die Idee von Open-Street-Map, entsprechend portiert auf Innenräume. Die Umfrage wurde in der ersten Runde verteilt im Freundes- und Bekanntenkreis, über Social Networks und Ähnliches, sodass insgesamt in den 14 Wochen, in denen diese Umfrage gelaufen ist, um die 700 Leute sich daran beteiligt haben und insgesamt über 500 Leute auch die Umfrage erfolgreich abgeschlossen haben. Und wie man jetzt an dem unteren Punkt sieht, es gab dann noch eine zweite Runde dieser Umfrage, gezielt im Bereich der Open-Street-Map-Community, wie Markus eben schon gesagt hat, hat er eben über die deutsche Talk.de-Mailingliste initiiert. Und der Grund dafür liegt in erster Linie ein bisschen an den Ergebnissen, die die erste Runde gezeigt haben. Man sieht hier ein bisschen einen Vergleich. Also eine der Fragen war, wie die Leute bestehende Kartendienste nutzen. Hier sieht man jetzt im Vergleich das blaue Google Maps, der orangefarbene Bereich Open-Street-Map. Und da gab es halt eben leider Gottes nur sehr wenige Leute. Insgesamt waren es nur 23 Prozent, die überhaupt schon mal mit Open-Street-Map irgendwie in Berührung gekommen waren. Und deswegen wollten wir dann gezielt nochmal auch an die Open-Street-Map-Community herantreten, um da ein bisschen gezieltere Informationen dann auch erhalten zu können. Eine der zentralen Fragen war dann bei dieser ganzen Sache, für welche Gebäudetypen denn überhaupt Innenraumkarten gewünscht werden oder wo die Leute der Meinung sind, dass es sinnvoll ist. Und die Ergebnisse sind in beiden Gruppen im Prinzip relativ vergleichbar. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Gewichtungen der einzelnen Punkte, aber im Prinzip wurden immer wieder ein und dieselben Gebäudetypen genannt. Und ganz vorne wächst da unter anderem auch diese Gruppe der administrativen Gebäude, sprich alle diese Sachen, irgendwelche Ämter, Finanzamt, Rathaus, all diese Sachen. Und die Leute haben dann auch, es handelt sich bei dieser Frage um so eine Freitagsfrage, wo die Leute dann auch teilweise ihre Antworten halt eben begründet haben. Und oftmals hat man sowas gelesen wie, na gut, dort sehen alle Flure gleich aus, die Büros sehen gleich aus. Man hat es einfach sehr schwer, sich in diesen Räumen zurechtzufinden. Und da wäre es halt eben dann echt toll, wenn man eine Karte hätte, die einem dann gezielt irgendwie mehr Informationen geben kann. Wir haben dann noch weitere Fragen halt eben zur Nutzung von diesen digitalen Karten gestellt. Jetzt nochmal getrennt nach den zwei Benutzergruppen. Und es hat sich jetzt bei diesen Standard-Internet-Benutzern, sagen wir mal, sie jetzt nicht unbedingt diesen Open Street beim Hintergrund haben, gezeigt, dass rund 28 Prozent sich auch schon mal bereits gewünscht haben, also schon mal konkret in einer Situation waren, wo sie gesagt haben, jetzt hätte ich gerne so eine Indoor-Karte gehabt. Und auch über 60 Prozent haben dann angegeben, wenn es denn solche Indoor-Karten geben würde, würden sie sie halt eben dann auch entsprechend benutzen. Und darauf aufbauen haben auch fast die Hälfte der Leute gesagt, sie fänden auch eine Indoor-Navigation dann halt eben sinnvoll, wenn es schon solche digitalen Karten gibt, dass man dann auch gezielt jetzt bis in ein Büro oder bis zu seinem Zeitschriften-Shop oder Ähnliches geleitet werden könnte. Und dann haben wir natürlich auch diejenigen, die jetzt den OSM schon kannten, auch aus dieser Gruppe gefragt, ob sie denn auch bereit wären, entsprechend jetzt an so einem Indoor-Projekt mitzuarbeiten. Und auch da fast 30 Prozent würden sich da entsprechend dann auch beteiligen wollen. Und auf Seiten jetzt der OSM-Mitglieder sieht das Ganze noch ein bisschen positiver quasi aus. Also hier gab es schon über 50 Prozent, die auch schon mal gesagt haben, konkret, sie hätten sich gerne Indoor-Karten gewünscht. Und auch fast alle würden halt eben entsprechend dann auch diese Karten nutzen, wenn sie denn zur Verfügung stehen würden. Auch entsprechend die Frage nach der Indoor-Navigation wurde von fast zwei Dritteln der Leute als sinnvoll oder sehr sinnvoll betrachtet. Und rund drei Viertel wären auch bereit, dann entsprechend Inhalte zu einem Indoor-Map beizutragen. Der Punkt ist jetzt der, also auch da gab es wieder die Möglichkeit, wenn man gesagt hat, nein, möchte ich nicht, dann auch entsprechend zu begründen, warum man das nicht möchte. Und eine der Sachen, die dann häufig genannt wurde, ist, dass man irgendwie Befürchtungen hat, dass das Ganze zu kompliziert ist, weil man halt eben keine Möglichkeit hat, beispielsweise auf GPS oder Ähnliches zurückzugreifen, da das in Innenräumen halt eben nicht zur Verfügung steht. Und deswegen möchte ich jetzt im Folgenden dann auf zwei Ansätze eingehen, wie man trotzdem dann in Innenräumen komfortabel mappen kann. Also im Prinzip die Frage, wie die Daten direkt vor Ort aufgenommen werden können. Wie gesagt, es ist mit den bestehenden Mapping-Methoden sehr schwierig, weil halt eben, wie man es traditionell macht, mit dem GPS-Logger irgendwie das Gebiet abgehen, ist in Innenräumen im Prinzip unmöglich, da die GPS-Signale entweder nicht in ausreichender Qualität oder schlicht auch einfach gar nicht zur Verfügung stehen. Und auch das Abzeichnen von Luftaufnahmen macht für Innenräume nicht so viel Sinn, da man halt eben außer irgendwie der Dachstruktur keine weiteren Informationen über jetzt die Raumaufteilung im Innern des Gebäudes hat. Ein bisschen anderer Ansatz wäre zu erreichen, wenn man eine instrumentierte Umgebung zugrunde legen könnte. Das heißt, dass es irgendwie eine Umgebung, die entsprechend technisch so ausgestattet ist, dass es möglich ist, Nutzer innerhalb dieser Umgebung zu lokalisieren. Das heißt, man hat dann auf lokaler Ebene im Prinzip eine Art GPS-Nachbau. Da gibt es auch verschiedene Verfahren, beispielsweise mit Infrarotbarken oder indem man irgendwie eine bestehende WLAN-Infrastruktur ausnutzt. Das ist auch alles ganz nett, funktioniert auch im Prinzip. Das Problem an der Sache ist in erster Linie immer, dass man diese Räume dann entsprechend vorbereiten muss. Also man kann dann später nur auf diese Instrumentierung zurückgreifen, wenn man sie vorher auch entsprechend gemacht hat. Und je nachdem, welches Verfahren man verwendet ist, darf ja auch entsprechend teure Hardware notwendig, um das Ganze überhaupt zu ermöglichen. Insofern ist das, um jetzt wirklich flächendeckend viele Innenräume zu erfassen, mit Sicherheit kein allzu gut geeigneter Ansatz. Und deswegen kam die Idee, dass man doch Smartphones für sowas benutzen könnte. Wie auch jetzt eben in einem anderen Vortrag mit OSM 3D angeklungen ist, oder in den Lightning Talks angeklungen ist, sind die Smartphones halt eben mittlerweile mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet, die man für solche Zwecke halt eben nutzen kann. Man hat Beschleunigungssensoren, man hat Sachen, um irgendwie eine Kompass-Applikation nachzubauen. All diese Sachen sind mittlerweile in diesen Geräten standardmäßig schon dabei. Und zusätzlich hat man auch eine steigende Verbreitung dieser Smartphones. Sprich, wenn man solche Verfahren bereitstellt, können mehr und mehr Leute, die einfach quasi out of the box benutzen, weil sie schon im Besitz der dafür erforderlichen Hardware sind. Und man erspart sich so unter Umständen weitere Investitionen. Und des Weiteren ist halt eben, es ist nicht erforderlich, die Räume irgendwie vorher zu instrumentieren. Sprich, man kann dann einfach potenziell jeden Innenraum auch entsprechend vermessen. Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Universität des Saarlandes habe ich dann zwei Ansätze entsprechend untersucht. Beim ersten, das ist die Idee, die Außenwände von Räumen abzugehen, um somit dann die Struktur quasi zu erfassen. Und der zweite Ansatz beschäftigt sich damit, wie man mithilfe von trigonometrischen Berechnungen auch die Räume vermessen kann. Die beiden Ansätze möchte ich dann jetzt nochmal etwas detaillierter vorstellen. Die Idee bei dem ersten Ansatz ist, dass man im Prinzip einzelne Schritte des Nutzers mithilfe der Sensoren im Smartphone feststellen kann. Und dann, wenn man seine Schrittlänge kennt, die man auch entweder vorher irgendwie bestimmen kann oder auch schlicht und einfach festlegen kann, wenn jemand bewusst die Räume abgeht, hat er auch in etwa eine konstante Schrittlänge, davon kann man ausgehen. Und hat dann so die Möglichkeit, die zurückgelegte Wegstrecke zu ermitteln und kann damit dann das entsprechend berechnen. Wichtig ist natürlich auch, die Richtungsänderung des Nutzers zu erfassen. Hierbei kann man dann auf Sensoren wie Magnetometer oder das Gyroskop zurückgreifen. Natürlich ist dann hier auch die Frage, warum muss ich jetzt für so eine Sache wie jetzt die Richtungsänderung gleich zwei Sensoren verwenden. Hier ist dann auch nochmal eine Besonderheit, die man in Innenräumen halt eben betrachten muss. Das Magnetometer ist in Gebäuden oftmals unzuverlässig. Von der Funktionsweise her misst es ja die Stärke des Erdmagnetfelds, um damit Berechnungen zu machen. Diese Messungen sind oftmals in Innenräumen halt eben gestört, dadurch, dass in Wänden und Decken sich sehr viel Metall befindet oder auch halt eben elektronische Geräte wie Computer und ähnliches dieses Signal entsprechend beeinflussen. Umgekehrt mit dem Gyroskop, da hat man dieses Problem nicht. Dort werden einfach Winkelgeschwindigkeiten gemessen, indem man die Rotation dann rekonstruieren kann sozusagen. Das Problem an der Sache, die Gyroskope gerade in den Smartphones, wo ja vergleichsweise günstigere Sensoren und auch entsprechend der Größe sehr kleine Sensoren nur verwendet werden, haben ein recht großes Driftproblem. Und zusätzlich, dadurch, dass ja in erster Linie nur diese Geschwindigkeiten gemessen werden, muss man diese ganzen Messungen jeweils noch integrieren, was dann erneut nochmal dazu führt, dass halt eben leichte Schwankungen in der Messung dieses Driftproblem nochmal weiter verstärken. Jetzt kann man aber hingehen und kann in einem Sensor-Fusion-Ansatz diese beiden Sensorwerte jeweils miteinander kombinieren, hat somit dann auf der einen Seite langzeitstabile Werte und kann auf der anderen Seite aber auch kurzfristige Fehler halt eben entsprechend korrigieren und kann somit mithilfe der beiden Sensoren jeweils sozusagen die gegenseitigen Nachteile ausgleichen und hat dann einen stabilen Ansatz. Kurz noch ein paar Ergebnisse, was die Schrittgeschichte oder diese Schritterfassung angeht. Man sieht jetzt hier den Verlauf der Messwerte von einem Accelerometer, also einem Beschleunigungssensor über die Zeit. Man kann dann hingehen und kann das Ganze noch ein bisschen vereinfachen, indem man quasi alles das, was nur kleinere Ausschläge einfach durch im Prinzip die Bewegung verursacht sind, entsprechend rausfüllt und hat dann die Möglichkeit, man sieht hier, man hat immer so einen Peak nach oben und einen Peak nach unten. Im Prinzip macht das einen Schritt aus und man kann dann jeweils, also die roten Punkte hier entsprechen jetzt jeweils einem erkannten Schritt und kann damit relativ zuverlässig dann genau mitbekommen, wie der Nutzer unterwegs ist. Wie gesagt, die Idee ist dabei, dass man dann die Räume an den Außenwänden abgeht. Das funktioniert relativ gut in Fluren oder in großen Hallen ähnliches, wo keine Gegenstände dann an den Seiten im Weg stehen. Das ist natürlich für normale Wohnräume oder auch Büroräume nahezu ungeeignet, weil immer irgendwie irgendwelche Möbel, Schränke, Tische oder Ähnliches irgendwo am Rand stehen. Und deswegen der zweite Ansatz, der eben auch eine Vermessung erlaubt von Räumen, die man nicht so einfach abgehen kann. Die Idee ist hier, dass man sich einfach im Prinzip einen Punkt, möglichst in der Raummitte, muss jetzt nicht genau sein, einfach nur in etwa sucht, wichtig ist, dass man alle Ecken des Raumes gut sehen kann. Und dann muss man lediglich die Raumecken, beziehungsweise halt eben von allen interessanten Punkten, sprich, also auch wenn man Türen erfassen will, sprechen auch die Eckpunkte der Türen, mit dem Smartphone anpeilt. Man hat dazu das Kamerabild zur Verfügung, wo als Hilfestellung ein Zielkreuz quasi eingezeichnet ist. Und dann kann man damit den Raum automatisiert vermessen. Funktioniert ganz gut, solange die Räume nicht zu groß sind, also sprich für normale Innenräume bis 10 Meter Wandlänge, liefert das sehr brauchbare Ergebnisse. Wie funktioniert das jetzt im Einzelnen? Also, die Idee ist hier, der einzige Wert, den man im Vorhinein wissen muss, ist hier diese Höhe H. Und das ist die Höhe, in der der Nutzer dann einfach das Gerät hält. Die kann man mal einmal ausmessen, das ist in etwa immer gleich, wenn man das Gerät immer in etwa gleich hält. Man hat jetzt die Möglichkeit, diesen Winkel Alpha hier, diesen Winkel Alpha hier, mit Hilfe der Sensoren innerhalb des Smartphones zu berechnen und kann dann mit relativ einfachen trigonometrischen Formeln dann diese Strecke B, also die Entfernung, die der Nutzer zur Raumecke hat, entsprechend bestimmen. Wenn ich das jetzt für zwei Ecken hintereinander mache und kann zusätzlich dann noch dabei, während ich also quasi in der einen Ecke anfange, mich dann entsprechend zu der anderen Ecke rumdrehe, diesen Winkel, den ich dabei überstreiche, den kann ich wiederum mit dem Smartphone registrieren, sodass ich das dann jetzt in dem rechten Bild, die Informationen B, B1, das sind zweimal diese Entfernung zur Ecke, und halt eben diesen überstrichenen Winkel Beta kenne und somit habe ich dann die Möglichkeit, die Wandlänge zu bestimmen, wiederum mit einer vergleichsweise einfachen Berechnung. Wenn ich das entsprechend für alle vier Ecken des Raumes mache, dann habe ich jetzt in so einem einfachen rechteckigen Raum schon mal alle Wände bestimmt. Das Ganze funktioniert natürlich auch für nicht jetzt nur rechteckige Räume, sondern halt eben auch für andere, beispielsweise ein L oder ähnliches. Wichtig ist nur, dass man einen Punkt findet, den man stehen kann, von dem aus man alle Eckpunkte entsprechend anvisieren kann. Vielleicht noch zum Abschluss zwei Screenshots, wie die Anwendung im Moment aussieht. Wie gesagt, ist noch in der Entwicklung. Also man sieht oben links einmal halt eben das Interface mit dem Steuererke, oder mit diesem Fadenkreuz in der Mitte zum Anpeilen der Ecke. Und jetzt sieht man hier ein Problem, das mit diesem Ansatz möglicherweise auftreten kann. Man hat jetzt hier unten irgendwo die Raumecke, die ist allerdings auch wiederum durch den Schrank verstellt, sodass es sehr schwierig ist, diese Ecke genau anzupilen. Deswegen besteht auch die Möglichkeit, das Ganze nicht nur auf Bodenebene zu machen, sondern auch auf Deckenebene. Dabei kann man auch zusätzlich gerade in dem Moment noch die Raumhöhe mit erfassen. Geht auch wieder mit relativ einfachen Berechnungen, mit Hilfe der Neigungssensoren dann. Und dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze auf Deckenebene auszumessen. Dort sind die Ecken nur in den allerseltensten Fällen irgendwie verstellt, sodass man das eigentlich ganz gut machen kann. Unten rechts sieht man dann das Ergebnis der Erfassung von einem relativ einfachen Raum, einfach ein rechteckiger Raum. Was man hier sieht, ist diese eine Stelle hier. Das kann man jetzt wahrscheinlich ein bisschen schlecht erkennen. Also hier ist die Linie ein bisschen dicker und gelb. Das war jetzt eine Tür, die im Rahmen dieses Erfassungsprozesses dann entsprechend erfasst wurde. Man sieht dann hier auch die Entfernungen, die jeweils entsprechend dann bestimmt wurden im Rahmen dieser Erfassung. Und damit gebe ich dann wieder zurück an Markus. Ja, nachdem der Frederik quasi eine Möglichkeit gezeigt hat, wie man die Daten aufnehmen kann, wenn man vor Ort ist, ist es natürlich die Frage, okay, wie kriege ich das in OpenStreetMap rein? Und da ist es eben so, es gibt momentan, ein paar Leute beschäftigen sich damit und es gibt quasi verschiedene Mapping-Proposals oder Ideen, wie man sowas machen könnte. Und einen, den ich jetzt vorstellen möchte, ist quasi dieses Indoor-OSM. Das war ein Proposal, der quasi von mir ausgedacht wurde. Und danach wird quasi der Andreas noch die anderen Proposals vorstellen. Und die Hauptidee oder Motivation von diesem Indoor-OSM war eben, dass man sehr detaillierte Pläne von Gebäuden sammeln möchte oder erfassen möchte. Das heißt, ich möchte nicht nur irgendwie Korridore als Linien haben, sondern ich möchte wirklich die Form von Korridoren haben. Ich möchte Räume wirklich als Flächen, als Polygone haben. Und ich möchte auch Details haben, wie eben Türen oder Fenster. Weil je nach Anwendungsszenario, insbesondere für Routing ist klar, brauche ich die Tür. Aber auch, wenn ich irgendwie ein 3D-Modell erstellen möchte oder wenn ich vielleicht Notfall-Routing machen möchte, wo dann auch das Fenster relevant für mich ist, brauche ich diese Information eben auch. Und dann eben für 3D-Innenraum-Modelle, wenn man sowas erzeugen möchte, eben auch dieser Height-Key. Das heißt, dass man auch für Objekte in diesem Indoor-OSM quasi eine Höhe definieren kann. Ja, das war quasi die Grundidee. Der Proposal ist im Wiki mittlerweile relativ detailliert eigentlich beschrieben. Wen es genau interessiert, der kann auf die Seite schauen. Und ich werde eben quasi jetzt die Hauptgedanken von diesem Indoor-OSM erklären. Der Grundgedanke ist, sage ich mal, relativ hierarchisch sich ausgedacht. Das heißt, die Grundidee ist einfach ein Gebäude. Das heißt, ein Building besteht aus mehreren Stockwerken. Ein Stockwerk wiederum besteht dann aus mehreren Teilen. Das heißt, Räumen, Korridoren und eben auch darüber hinaus besteht ein Stockwerk auch aus einer Außenhülle. Das heißt, das ist quasi die Wand, die das Stockwerk von außen repräsentiert. Und die verschiedenen Stockwerke sind dann eben durch vertikale Verbindungen sozusagen verbunden. Das heißt, wir haben Fahrstühle, wir haben Treppenhäuser, wir haben Rolltreppen, die quasi die einzelnen Elemente miteinander verbinden. und eben Fenster oder Türen, das heißt Windows oder Doors, sind Teil von Räumen oder Teil von diesen Stockwerkteilen. Dieser Aufbau entstand dadurch eigentlich, dass verschiedene Überlegungen gemacht wurden, okay, aus was besteht eigentlich ein Gebäude. Und da gibt es schon in der Forschung verschiedene Ontologien und verschiedene Ansätze. Ich habe dann eben versucht, okay, man braucht was relativ Einfaches. Das heißt, was einfach genug ist, um mit bestehenden OSM-Sachen wirklich zu mappen. Das heißt, dass ich wirklich nur Notes, Ways, Relations und Text benutze. Aber auf der anderen Seite eben, dass es detailliert genug ist, um diese ganzen Informationen zu haben. Das heißt, wen das näher interessiert, der kann sich mal diese Veröffentlichung anschauen. Da wird eben auch die Ontologie beschrieben, die dahinter steckt. Und eben auch die Herleitung quasi von diesem Modell an sich. Wie das jetzt genau aussieht in OSM, ist eben so, dass ein Gebäude an sich ist eine Relation. Das heißt, die hat eben eine ID, die hat einen Typ, das heißt einfach Type Building, die hat einen Namen für dieses Gebäude und eben auch die anderen bekannten Tags. Das heißt, ich kann alles an dieser Relation dranhängen, die das Gebäude an sich betreffen. Und die einzelnen Relationen-Members, das heißt, die Mitglieder von der Relation, sind jetzt eben meine Stockwerke, beziehungsweise in dem Fall auch noch die Eingangs- und beziehungsweise Ausgangstüren. Das heißt, für dieses Beispielgebäude wäre es jetzt eben so, dass ich vier Stockwerke habe. Das heißt, ich habe vier Relation-Members, die ein Stockwerk sind. Das heißt, die haben jeweils die Rolle des Stockwerknamens. Das heißt, für das zweite Obergeschoss wäre eben die Rolle Level 2 oder für das Erdgeschoss wäre die Rolle Level 0 und eben darüber hinaus ist diese Tür eingetragen. Die Stockwerke an sich sind dann auch wieder Relationen und Türen sind Nodes in dem Falle. Und so eine Stockwerkrelation sieht jetzt eben so aus, dass ich auch wieder mit Tags das Stockwerk allgemein beschreiben kann. Das heißt, ich kann sagen, was ist der Name dieses Stockwerks, welche Stockwerknummer hat es, vielleicht für was er das benutzt, wie hoch ist das Stockwerk. Und die Mitglieder davon sind eben dann die einzelnen Teile meines Stockwerkes. Das heißt, in dem Falle hätte ich jetzt hier sieben Relation-Members für meine Räume beziehungsweise meine Korridore und ich hätte eben noch einen Relation-Member für diese äußere Hülle. Das heißt, in dem Fall hätte ich jetzt acht Relation-Members für dieses Stockwerk und hätte aber einen relativ detaillierten Plan von meinem Stockwerk. Und wie das dann eben, wenn man es ranzoomt, hat man eben auch noch die Möglichkeit zu unterscheiden von den verschiedenen Räumen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ein Raum heißt jetzt so und so, er wird für irgendwas benutzt, er hat auch eine Höhe vielleicht. Und eben zum Unterschied dazu wäre eben ein Korridor, würde eben beschrieben werden als Korridor, als Building Part ist gleich Korridor. und so kann ich eben die einzelnen Räume oder einzelnen Elemente im Stockwerk semantisch unterscheiden und auch unterschiedlich beschreiben. Genauso eben dann auch die Türen beziehungsweise die Fenster, die quasi ein Teil von dem jeweiligen Building Part sind, wo ich dann einfach nur noch sage, okay, dieser Node ist jetzt ein Window zum Beispiel, das Fenster hat irgendwie eine Höhe, das Fenster hat eine Breite und es hat eine Brüstung beziehungsweise die Tür hat dann einfach nur eine Höhe und eine Breite. Und so habe ich dann eben, wenn ich das so quasi mappe, habe ich Informationen wirklich für jedes Stockwerk, über jede Räume und sogar über alle Fenster und Türen. Und das ist quasi dieser Indoor-OSM-Vorschlag. Und die anderen Vorschläge wird jetzt der Andreas euch präsentieren. Genau, also Hintergrund dahinter ist, dass ich hier im Wiki diese Indoor-Mapping-Seite pflege beziehungsweise auch andere Leute zu anhalt, die da mitzumachen. Und da gibt es eben hier unten so eine Liste von verschiedenen Gebieten oder Gebäuden, die bereits Indoor-Daten enthalten. Und als ich da so durchgegangen bin, habe ich eben verschiedene Dinge festgestellt. Zum einen, dass es sehr viele Proposals gibt oder sehr viele Arten und Weisen gibt, Zeug zu mappen, für die es noch gar kein Proposal gibt oder irgendeine Seite, die das im Wiki irgendwie beschreibt, wie das genau gemacht werden würde. Aber es scheint sich dieser Level-Tag, also das Stockwork an sich, irgendwie durchgesetzt zu haben. Dann zu den Proposals, die es konkret gibt. Ich sage immer dreieinhalb. Das erste hat mir, hat ja Markus schon vorgestellt. Das zweite hier in dieser Liste ist das sogenannte Level-Map-Proposal von einem Nutzer namens Marl. Der hat sich so zum Ziel gesetzt, dass es möglichst wenig Unterschied zum normalen Mappen ist und sich dann sozusagen dieses was ist welches Stockwork und so weiter durch zusätzliche Relations abbilden lässt. Und gleichzeitig hat er auch noch eingebaut, dass man Stockwerke, die schon mal da sind und zum Beispiel ganz so Standardverwaltungsgebäude, die auf jedem Stockwerk gleich gebaut sind, dass man dann nicht alle duplizieren muss, wie es zum Beispiel bei Markus oder bei meinem Indoor-1-Proposal noch notwendig ist, sondern dass man die dann sozusagen einfach referenzieren kann. Was insgesamt dafür sorgt, dass es einfach so kompliziert wird, dass es aus meiner Sicht für den klassischen Mapper nicht wirklich anwendbar ist. Das Indoor-1-Proposal hatte ich ja das letzte Mal mehr oder weniger schon vorgestellt in einem Lightning-Talk. Das wird demnächst auch als Indoor-2 überarbeitet und meine Idee dabei ist schon, ein bisschen das Zeug zusammenzufassen und vor allem Erfahrungen, die ich jetzt gewonnen habe, indem ich mich auch mit den anderen Indoor-Proposal-Leuten ausgetauscht habe. Hauptsächlich geht es darum, dass man versucht, mehrere Arten darzustellen, wie man Objekte abbilden kann. Das heißt, ein Raum muss nicht immer unbedingt eine Fläche sein. Mir reicht es ja teilweise auch, wenn ich einfach eine Koordinate habe und weiß, okay, gerade im Unikontext, wo ich nicht weiß, an welchem Ende vom Campus ist jetzt dieser Raum gerade. Da reicht es mir, wenn ich den Raumname da eingebe oder welche Referenz der auch immer hat und ich bekomme eine Position. Dasselbe auch mit Treppen. Also in meinem Ding waren Treppen komplett ausmodelliert. Das heißt, wirklich einzelne Wege, die dann ringsherum rumgegangen sind, ist auch recht aufwendig. Warum nicht einfach an einfachen Node, der dann sozusagen entsprechend getaggt ist. Aus dem Wege, also mein Ansatz war das, eigene Wege einzubauen, mit denen man auch mit einem klassischen Router draufwerfen kann, mit Highway Footway. Da hat zum Beispiel einige Leute dazu gebracht, da irgendwie noch ein Render gleich No hinzumachen, weil die das in der normalen Karte nicht sehen wollten, diese Indoor-Wege. Und da ist mir dieses Highway Corridor, ich glaube von dem Modell von Tobias, der das OSM2W vorgestellt hat, auch aufgefallen, beziehungsweise mal hatte der da denselben Vorschlag und das sollte auch mit reinfließen. Was auch noch dazu kommen soll, sind so ÖPNV-Haltestellen, also S-Bahn, U-Bahn im Untergrund. Da hat man eigentlich keine Räume, das ist eigentlich alles ein großer Bereich. Lässt sich zwar auch schon damit abbilden, aber dass man halt auch mal Beispiele bringt, wie man sowas im besten Fall macht. Dasselbe auch mit Aufzüge. Bisher war es da so, in der ersten Version meines Proposals, dass man einen W gezeichnet hat, der für jeden Stockwerk einen Node enthält und die dann aufeinander gestapelt wurden, lässt sich in der Praxis dann auch nicht so einfach editieren. Deswegen ein Node mit einfach einem Level-Stack dann eben, der dann, wenn ein Router damit was anfallen möchte, der eben entsprechend überführt wird. Funktioniert das gar nicht? Natürlich funktioniert das. Ich habe das... Wenn du in den ersten Stock und der Aufzug hast die Tür nach rechts, in den fünften Stock und der Aufzug hat die Tür nach oben, wie soll ich denn dann wissen, an welcher Etage der Sinkro anschließt, wenn ich nicht für jede Etage einhabe? Weil in jeder Etage ist ein Weg zu deinem Aufzug, aber wir können das ja nachher in der Fragen-Sektion gerne diskutieren oder nachher nochmal extra. Und ich habe es so gebaut, also das funktioniert. Und dann noch ein großer Diskussionspunkt ist, wie weit ein Relations jetzt zu Pflichten sein soll oder nicht. Gerade so mit diesem Level-Tag, wenn man eine Relation für ein Stockwerk hat, dann kann man ja diesen Level-Tag an das Stockwerk hängen oder sollte man es doch lieber an die einzelnen Elemente hängen. Hat so alles so ein bisschen Vor- und Nachteile. Ja, und das sind so noch Diskussionspunkte. Dann machen wir im Prinzip weiter mit Markus. Er zeigt mal, wie das Ganze dann sozusagen in Chancen eingetragen werden kann. Das lässt sich aber nicht nur für sein Interproposal so nutzen, sondern im Prinzip für alle anderen auch. Man muss halt nur die Filterregeln entsprechend anfangen. Aber dazu gehst du nachher genau ein. Genau, also unabhängig davon eigentlich, welches Mapping-Schema man jetzt irgendwie nimmt zum Indoor-Mappen, die Frage ist ja dann immer noch, okay, wie kann ich das jetzt im Endeffekt in Jossum zum Beispiel machen. Und wenn man jetzt, entweder man hat jetzt die Möglichkeit, wie ich von Frederik vorgestellt, das quasi mit dem Handy zu vermessen, dass man die Daten bekommt, hat ja aber irgendwie auch nicht unbedingt den Nachteil so ein bisschen, dass man quasi, ich muss in jeden Raum rein und ich muss immer diesen Punkt suchen. Und es ist doch ein bisschen Zeitaufwand. Und dann kam die Idee, okay, man hat ja eigentlich in sehr vielen öffentlichen Gebäuden, in Deutschland, auch in anderen Ländern, hat man ja eigentlich Quellen für Raumpläne. Das heißt, in jedem Stockwerk hängt meistens ein Evakuierungsplan, der eigentlich auch frei zugänglich ist. Und der ist ja eigentlich eine tolle Grundlage, sage ich mal, um die Daten zu mappen. Das heißt, die Idee ist, dass man ein Foto von einem Plan nimmt oder man nimmt eben den Plan auf manchen Webseiten, von manchen Unis sind die veröffentlicht oder es gibt auch Ämter, die solche Pläne veröffentlichen. Ganz egal woher, nimmt quasi diesen Plan, muss den eventuell irgendwie begradigen, dass er eben rechtwinklig ist und lädt ihn dann in JOSM rein. Dazu kann man diesen Pick Layer Plugin nehmen. Das heißt, man öffnet quasi das Bild als Hintergrund, so wie ein Bing-Bild und kann dann einfach darauf basierend die Indoor-Daten quasi mappen. Das heißt, ich kann darauf basierend meine Räume, meine Polygone zeichnen und dann eben auch die Tags hinzufügen. Weil wir eben ja verschiedene Stockwerke haben, das heißt auch Daten übereinander liegen, müssen wir das irgendwie filtern. Jetzt gibt es ja in JOSM zum Glück diese Solle-Filter-Funktion. Das heißt, für meinen Fall oder für mein Modell wäre es eben einfach so, dass man quasi nach der Rolle filtert. Das heißt, wenn ich das unterste, das Kellergeschoss einblenden möchte, müsste ich ja irgendwie alle anderen ausblenden. Das heißt, ich würde mir einen Filter basteln, in dem ich sage, okay, ich möchte alle Kinder, alle Childs von der Relation mit der Rolle Level 0. Wenn ich dann auch noch die Fenster und die Türen ausblenden möchte, muss ich quasi alle Kinder von den Kindern ausblenden. Das heißt, mit dieser einen Zeile wäre das eben ein Filter, dass ich alle Elemente von dem Erdgeschoss ausblenden kann und im Gegensatz dazu dann alle Elemente von dem Kellergeschoss einblenden kann. Das heißt, ich habe so immer nur ein Stockwerk wirklich entschossen und habe nicht irgendwelche Wege, die übereinander liegen und kein Wir war. Und woran ich momentan auch arbeite, ist zusammen mit der Universität Stuttgart, dass wenn man so ein Bild hat von so einem Plan, dass man das automatisiert macht. Das heißt, dass ich einfach ein Bild schieße, das durch einen Algorithmus durchjage und dann mein Indoor-OSM-XML schon rausbekomme als Output. Weil das wäre dann relativ einfach, dann müssten die Leute einfach nur in die Gebäude gehen, ein Bild schießen und man hätte die Indoor-Daten schon automatisiert erzeugt. Wie das Ganze eben in JOSM aussieht, ist jetzt hier so ein Beispielplan. Einfach dieses Foto, wie man hier jetzt sieht, der ist so ein bisschen, er ist nicht ganz rechtwinklig, ein bisschen schräg. Das heißt, man muss ihn begradigen in irgendeinem Fotobearbeitungsprogramm. Kann ihn dann mit Pick Layer in JOSM reinladen, kann ihn mit diesen drei Referenzpunkten auf den bestehenden Grundriss, wenn das Gebäude eh schon gemappt ist, quasi anpassen. Das heißt, man kann ihn dann einfach auf die Größe passend reinzoomen, kann dann seine Wege zeichnen, das heißt, einfach die Punkte setzen und die Linien für die Türen, für die Fenster und hat dann im Endeffekt die Daten drin. Das heißt, es geht relativ schnell und man kann eigentlich sehr schnell auch ein komplexes Gebäude mit mehreren Stockwerken wirklich, wenn man es ein paar Mal gemacht hat oder wenn man die Filter schon alle angelegt hat, kann man in einer Stunde ein zehnstöckiges Gebäude eigentlich mappen. Das mal als Beispiel. Eines der wichtigsten Punkte ist natürlich auch, okay, jetzt hat man die Daten, was kann man damit machen? Beziehungsweise man braucht ja auch irgendwie Anwendungen, um Leute zu motivieren, warum sollte die Indoor-Daten beitragen. Und da gibt es mittlerweile, gibt es eigentlich schon eine ganze Menge an Anwendungen und eine ist eben diese Indoor-OSM-Anwendung, die ihr unter der Adresse indoor-OSM.uni-heidelberg.de findet. Das ist eine HTML-Webseite, die basiert auf Open Layers. Im Hintergrund ist ein Geo-Server, der die Daten quasi aus einer Postgres-Datenbank liefert und funktioniert in jedem Browser, funktioniert auch auf jedem Handy. Das heißt, ich kann auch im Endeffekt mit meinem Handy in einem Gebäude, wenn ich bin, kann ich mir direkt das Gebäude anschauen. Ich bekomme eine Übersicht von dem Stockwerk, von dem jeweiligen Stockwerk, das ich ausgewählt habe durch so eine Level-Auswahl. Ich kann dann natürlich auch die Stockwerke durchschalten und bekomme auch eben dann verschiedene Informationen zu dem Raum. Das heißt, in dem Fall sehe ich jetzt, okay, wo ist der Raum 207 zum Beispiel und ich sehe eben auch farblich unterschiedlich, was ist ein Korridor, was ist ein Treppenhaus, was sind Räume, was sind Fahrstühle. Weil ich jetzt nicht nur die Karten quasi mir anschauen möchte, sondern weil ich ja auch Funktionalität haben möchte, gibt es auch einen Routing-Dienst da drin. Das heißt, ich kann mir Routen innerhalb des Gebäudes berechnen, über verschiedene Stockwerke, egal wohin. Für die Darstellung habe ich zwei verschiedene Möglichkeiten eingebaut. Zum einen Mal, dass ich mir wirklich die volle Route anzeigen lasse, was mir zwar einen guten Überblick schnell liefert, aber das Problem einfach bringt, jetzt der Fall ist die Route vom Erdgeschoss in das erste Geschoss, dass die Darstellung eben nicht ganz optimal ist, weil ich ja eigentlich nicht in den Raum in den 0.13 will, sondern in den Raum 121. Das heißt, die komplette Ansicht bietet mir eben einen schnellen Überblick. Ich habe aber dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte nur Teilrouten. Das heißt, wenn ich diese Checkbox hier unten auswähle, zeigt die mir immer nur die Route für das jeweilige Stockwerk an. Das heißt, in dem Fall jetzt bekomme ich eben die Route für das Erdgeschoss. Das heißt, ich gehe in das Gebäude rein und quasi direkt rechts ins Treppenhaus rein. und wenn ich jetzt umschalte ins Stockwerk 1, bekomme ich eben den Rest von der Route. Das heißt, er zeigt mir dann an, okay, wie muss ich in Stockwerk 1 laufen. Als Erweiterung dazu und eben auch um diese Height-Info zu nutzen, gibt es das Ganze dann auch in 3D. Das ist momentan relativ prototypisch in WebGL beziehungsweise in XML 3D umgesetzt, funktioniert aber in Chrome und in Firefox wunderbar und ist quasi eine dreidimensionale Ansicht. Das heißt, ich habe auch wieder jedes Stockwerk als die Räume als 3D-Blöcke kann sie durch diesen das ist diesmal kein Level-Switcher sondern quasi ein An- und Ausschalter. Das heißt, ich kann Stockwerke ein- und ausblenden und ich kann mir eben auch eine Route darstellen lassen in 3D. Das heißt, in dem Fall jetzt sind zwei Stockwerke ausgeblendet und ich bekomme eben die Route dreidimensional dargestellt. Das heißt, gerade wenn ich die komplette Route angezeigt bekommen möchte bekomme ich irgendwie doch einen besseren Überblick und kann da quasi auch durchfliegen kann das Ganze drehen und kann mir eben detailliert anschauen wie laufe ich durch das Gebäude durch um mein Ziel zu erreichen. Und was man eben auch machen kann mit diesen Indoor-Daten mit der Height-Information und auch mit den Fenstern ich kann mir 3D-Innenraum-Modelle erzeugen. Das heißt, in dem Fall sogar ich kann mir City-GML-Modelle in LED 4 erzeugen. Das heißt, wenn wirklich jemand ein Gebäude mappt mit den ganzen Höhen-Informationen mit den Fenstern mit den Türen kann man daraus relativ schnell automatisiert ein 3D-Modell erzeugen. Genau. Das war jetzt eben diese Indoor-OSM-Anwendung und die anderen Anwendungen zeigt der Andreas. Analog zu vorhin auch hier wieder so der Rest was sonst noch in der Community passiert. Ich habe mich jetzt mal fokussiert auf Anwendungen die mit OSM-Daten laufen. Die erste haben wir schon gesehen. Das zweite ist ein kleines Projekt das im Rahmen meiner Bachelorarbeit entstanden ist. Ich zeige gleich noch ein paar Screenshots gegebenenfalls wenn es noch Zeit war. Ich habe da auch eine Demo und man kann sich unter der URL auch eine VM Web-Image runterladen um das mal selber auszuprobieren. Dann gibt es hier eine Anwendung namens Footpass von der WTH Aachen die ein bisschen was von diesem Beschleunigungssensor Zeug zeigt in dem Fall aber nicht zum Mappen sondern einfach um zur Navigation und so als allgemeines Tool mit dem man auch so Daten anschauen kann sobald sie mal Relationen ist der Open-Street-Browser Fangen wir mit dem Routing-JS-Zeug an Was man hier sieht ist eine Web-Karte auf Basis von Cossack-JS und was dazu gekommen ist ist hier oben einmal diese zwei Textfelder die Autocomplete haben das heißt man gibt ein von wo man starten möchte und wohin man möchte und dann wird das alles im Browser eben in so einem Fall auch auf Mobiltelefon wenn der Prozess entsprechend stark genug ist berechnet das ist ein einfacher Reichster-Algorithmus in dem Fall und man kann dann hier mit diesem Regler hier dann zwischen den Stockwerk umschalten man sieht in dem Fall mit dieser Route hier gehe ich jetzt zum Eingang rein gehe hier bis zu diesem Aufzug das ist dieser blaue Marker normalerweise ist dann da prototypisch man könnte da zum Beispiel dann viel bessere Icons reinmachen aber das kann man alles mit MapCSS stylen und das war in dem Moment keine technische Herausforderung mehr und dann kann man eben hier zweimal draufklicken dann landet man im oberen Stockwerk und sieht okay jetzt muss ich noch dieses kleine Stück dann laufen und dann bin ich in meinem entsprechenden Raum die anderen zwei müssen wir jetzt mal schauen ob das Internet funktioniert machen wir einfach mal nein das Anklicken funktioniert leider nicht das heißt das mache ich dann nachher während der Fragesession mache ich alles auf und dann können wir immer ein bisschen Demo machen und dann Fragen machen ja kommen wir zur Zusammenfassung genau also als sehr kurze Zusammenfassung wir sind eigentlich der Meinung dass Indoor immer wichtiger beziehungsweise immer ja ein wichtiges Feld nicht nur in der Forschung aber auch irgendwie in der Wirtschaft irgendwie wird und das Interesse an Indoor-Daten steigt einfach wahrscheinlich auch aus dem Grund dass kommerzielle Datenanbieter nie in der Lage sein werden sowas großflächig irgendwie zu erfassen je nach Detailgrad können wir die Daten unterschiedlich mappen das heißt je nach Anwendungsfall ob ich wirklich Flächen haben möchte oder ob ich einfach nur Wegen haben möchte gibt es verschiedene Mapping Proposals im Moment und nichtsdestotrotz gibt es mittlerweile schon verschiedene Anwendungen die irgendwie Indoor-OSM-Daten nutzen und die werden kontinuierlich weiterentwickelt und es werden auch immer mehr Anwendungen entwickelt um die Daten letztendlich auch zu erfassen vor Ort das war es dann eigentlich soweit zu der Präsentation wir danken euch für die Aufmerksamkeit und freuen uns natürlich jetzt auf Fragen oder auch auf eine Diskussion eine Frage an Frederik zur Vermessung des Smartphones bei großen Räumen wird der Winkel doch ziemlich flach und welche Messgenauigkeit reiche ich überhaupt mit dem Smartphone genau das ist das Problem deswegen ich habe gesagt bis zu 10 Meter Wandlänge ist das noch in dem Rahmen dass man sagen kann das reicht vollkommen aus um den Gebäudeumriss dann tatsächlich auch detailliert noch darzustellen ab dann wird es schon schwierig also bei 10 Meter Wandlänge hat man ungefähr 5 Meter wenn man in der Mitte quasi steht in jeder Richtung plus halt eben ein bisschen mehr dadurch dass es ja die Diagonale ist das geht noch wenn ich jetzt tatsächlich probiere einen Gang der 30 oder 40 Meter lang ist zu erfassen wird das aufgrund dieser Winkelgeschichte dann nicht mehr funktionieren und an Markus in dem Heidelberger Bürogebäude verwendet ihr für Höhen sowas wie 3M5 für einen 3,50 Meter hohen Raum oder 3M500 versteht ihr auch sowas wie 3.5 oder 3.5M also der High-Tag hat eigentlich also mittlerweile ist es 3,5 also 3.5 ohne irgendwie M oder so also er versteht das auch ja die Fotografiergeschichte mit dem Smartphone fand ich ganz interessant funktioniert das nur für rechtwinklige Räume was mache ich wenn ich sowas habe wie eine Stoppschild Grundfläche im Gebäude geht das dann auch ja so ein Stoppschild würde gehen problematisch würden halt eben Rundungen weil man dann halt eben das schlecht machen kann da müsste man dann halt eben ein bisschen abstrahieren dass man halt eben quasi irgendwie eine gerade Strecke zwischen die zwei Eckpunkte der Rundung zieht aber für ein Stoppschild wird das ohne Probleme funktionieren und noch was ganz anderes ich vermisse jetzt bei den Anwendungsfällen natürlich die Blindennavigation blinde Menschen sind ganz besonders interessiert in öffentlichen Gebäuden irgendwie die richtige Tür finden zu können gibt es schon irgendein Projekt was sich damit beschäftigt eine Wegbeschreibung als Text zu produzieren den man mitnehmen kann zum Beispiel also wie gesagt für mich aus meiner Sicht ist dieses ganze blindending einfach nur ein Sonderfall von der normalen Navigation für die normalen Leute ja klar wenn die für die normalen Leute funktioniert dann funktioniert die genauso auch für blinde ja aber ich brauche ja einen Text ich brauche ja einen Text du wirst damit wenn du für Open Router Open Source Routing Maschinen zum Beispiel sowas hast dann kannst du das genauso auch wenn du sobald du mal eine Fußgängerinstanz davon hast die ja die Pfanne die da ausgegeben werden dann für blinde verwenden ja dafür müsste die Seite leider barrierefrei sein ich glaube es gab also es gibt noch kein gesondertes Projekt ich glaube es gab irgendwann mal eine Untersuchung speziell blinden Navigation am Flughafen ich weiß nicht mehr genau von wem aber eventuell unter dem Stichwort könnte man es finden also also wie Frederik gesagt hat es gibt kein konkretes Projekt aber zum Beispiel bei uns an der Uni Heidelberg haben die Linguisten die sind da relativ stark dran auch teilweise mit uns zusammen das quasi aus Grafen oder aus einfach nur Computeranweisungen dass da eben linguistisch schöne Sätze rauskommen beziehungsweise die man dann auch für andere Zielgruppen quasi nutzen könnte okay da komme ich nochmal auf dich zurück danke wie geht ihr mit halben Stockwerken um also sowohl wenn Stockwerke innerhalb eines Gebäudes versetzt sind also die ganze Problematik halt ja das ist auch einer dieser speziellen Sonderfälle ich war lange Zeit der Meinung ja dann lasst uns doch irgendwie so Stockwerk 1,5 oder sowas machen was für Zwischengeschosse und so weiter ganz nett ist also aber nachdem ich es jetzt auch wirklich mal so ausprobiert habe und so bin ich selber zum Beschluss bekommen dass man dann halt irgendeine Art Mapping machen muss also am besten man nimmt feste Stockwerksnummern und schreibt halt irgendwo hin diese Stockwerksnummer in dieser Repräsentation entspricht jetzt diese lokale Beschilderung oder sowas in die Richtung ja aber es gibt ja zum Beispiel Gebäude die sind zweigeteilt und in der einen Hälfte sind es ja ich weiß es gibt da sehr sehr spezielle Sonderfälle dass dieses Level Map deckt das alles ab aber das meinte ich halt dann wird es so kompliziert dass es die normalen Leute nicht mehr verstehen ich wollte mal fragen wie sieht das aus mit den Flurplänen ihr habt gesagt die kann man einfach so abfotografieren also ich bin mir ehrlich gesagt da nicht so sicher weil ich habe mal bei uns geschaut da steht dann immer Copyright F Plan drauf ja also das ist ein ein Thema das so ein bisschen es ist schwierig weil es ist was Neues es hat irgendwie noch keiner in der Richtung was gemacht und ich bin auch momentan mit dem Patentanwalt am Reden beziehungsweise er recherchiert für mich inwieweit darf man das und seine Aussage momentan ist eigentlich dass dieses Copyright was meistens drauf steht gilt hauptsächlich für die Darstellung also dadurch dass man die E öffentlich zugänglich machen muss rechtlich glaube ich will ich mir jetzt noch nicht zu weit rauslegen ist es quasi abgedeckt dass man diese Darstellung also die Daten die da dargestellt werden weiter prozessiert also was ihr ja jetzt gesagt war dass die Darstellung geschützt ist nicht die Fakten an sich genau wenn du das fotografieren würdest und online stellen würdest genau dann dürftest du es wahrscheinlich nicht tun aber wenn du jetzt was davon ableitest und so aber wie gesagt das ist eine rechtliche Grauzone das muss halt jemand mal klären für meine Pläne also zum Beispiel erstmal in München habe ich einfach angeschrieben die haben gesagt ja gerne hier haben sie übrigens die Neuinversion die wir in zwei Wochen aufhängen oder so muss man halt immer schauen wie das entsprechend dann rauskommt das wäre mal eine zweite Frage Mappingabenteuer haben wir ja alle schon erlebt wenn jemand Rettungspläne abfotografiert vielleicht ich mit schwarzen Sachen noch könnte ja auch Probleme geben habt ihr da Erfahrung gesammelt oder eher nicht so was meinst du mit Problemen? naja wie gesagt also wenn man sich an den U-Bahnhof hinstellt und irgendwie rumfotografiert da wären die Leute glaube ich doch schon oder im Krankenhaus oder halt irgendwelchen öffentlichen Gebäuden wo wir denken da hätten die Interesse dran Sicherheitsdienst und so also ich habe mal damals einfach eine Bahnsteigkarte geholt und bin da ein bisschen rumgelaufen und mich hat niemand schief angeschaut also das ist halt auch das Hauptproblem ist eigentlich wenn du in ein Gebäude gehst und das Foto machst ist die Hausordnung der du ja quasi zustimmst wenn du reingehst und da sagt aber der Anwalt auch dass vermutlich die wenigsten Hausordnungen irgendwas in der Richtung abdecken also es ist sehr schwierig bei der Bahn ist das nur wieder ein extra also auch mit deswegen musst du ja so eine Bahnsteigkarte holen damit unterwerfst du dich an den AGBs aber da steht immer nur du darfst sie nicht veröffentlichen das heißt solange du das für dich machst und das dann für dich zum Mappen benutzt und so weiter ist es kein Problem sobald du es veröffentlichen möchtest das heißt auf eine Webseite hochladen damit andere wieder was anfangen könnten da wird es dann wieder kritischer und du müsstest nachfragen Noch Fragen? Also ich hatte noch kurz eine Frage habt ihr schon irgendwelche Zahlen wie viele Gebäude es quasi schon nach einem bestimmten Tagging-Schema dort gibt oder sind es hauptsächlich nur ich sag mal jetzt Universitäten wo daran gearbeitet wird? Für meinen Tagging-Schema ist es eigentlich so es gibt zwei, drei Gebäude die andere Leute gemappt haben hauptsächlich als Reaktion auf die Blogposts die auch veröffentlicht wurden und die anderen meisten Gebäude sind eigentlich quasi von mir beziehungsweise von Studenten die quasi jetzt momentan die Uni Heidelberg abgrasen sag ich mal und das alles mappen Ja an sich ich habe wie gesagt mal aufgerufen dass jeder der was mappt das hier auf diese Wiki-Seite einträgt das sind hauptsächlich ja wirklich Unis wo wir Studenten sind und das ganz toll finden also ich glaube diese Ilmenau-Karte zum Beispiel die verwenden das auch in ihrem lokalen Campus-Einführungstool also wenn jemand neu zum Campus kommt und dem dann dass der irgendwie so findet wo das rauskommt ansonsten halt oft Einkaufszentren und sowas oder eben Bahnhöfe aber wirklich auszuwerten ist auch eben schwierig also man kann vielleicht auf diesen diesen Level-Tag ein bisschen schauen wobei es da auch wieder so Probleme gibt dass plötzlich Leute auf die Idee kommen den wieder ganz anders zu verwenden aber konkrete Zahlen habe ich jetzt auch nicht im Kopf wie gesagt geht nicht welche Verbindungen gibt es zu Open Source FM Projekten weil welche Verbindungen gibt es jetzt von Indoor-OSM in Richtung Open Source Flexibility Management Projekten Also ich kenne jetzt Facility Management in Form von ja eine Steckdose fällt aus und dass man sowas ja und da dort würde das Thema ja wunderbar reinpassen in dem weil dort auch von Räumen ausgegangen wird von ja zumindestens die ganze Erfassung wird dort steht dort als Thema auf der Agenda gibt es da irgendwelche Berührungspunkte also mir ist in dem Fall nichts bekannt und den anderen zwei eigentlich auch nicht dann eben dieses allgemeine Tool was ich vorher noch zeige bei der Open Street Browser dadurch das jetzt hier eben eine Relation gibt sieht man jetzt hier okay es gibt hier ein Dachgeschoss es gibt ein Obergeschoss und dann kann man sich auch entsprechend durchklicken und sieht dann eben was da auch drin ist und das funktioniert eigentlich bei allen Schemas egal welches Schema hauptsächlich wenn halt Relations da sind und das finde ich da auch immer ganz nett und vor allem es funktioniert halt überall und man muss nicht extra erst den den Menschen der es betreibt fragen aber es hat natürlich keine 3D-Ansicht und keinen Mütigen also wie gesagt das ist so das hat ein Student der WTH Aachen gemacht die haben da jetzt auch irgendwie so ein Projekt laufen hier was wir hier sehen ist also rein das ist ein Android Handy die Software ist auch Open Source gibt es bei GitHub und alles was man hier sieht ist rein durch den Beschleunigungssensor das heißt soweit ich auch weiß also man sieht hier auch irgendwo ein bisschen man kann hier eine Schrittweite eingeben und auf Basis von der Drehung die man dann macht und er hat eben den Graphen den man lauft weiß er dann wo er entsprechend hingeht was er hier macht er nutzt ja auch schon die Kamera weil er mit den Kanten die Positionierung nochmal genauer macht weil er bisher in dem Vortrag also in den Vortrag noch gar nicht gesagt wie positioniere ich mich denn im Gebäude wenn man dann das 3D-Modell mit den Kanten nimmt und dann mit der Kamera müsste das relativ gut gehen und das ist glaube ich auch das was die hier machen also soweit ich weiß nehmen die hier keine Kameras ja aber das steht doch immer unten ne da kommt gleich noch was ne das sind auch bei den Treppen das ist sehr also klar also ich habe auch so ein Ding gesehen oder wo er das ganze wo es um Feature Mapping geht das heißt man geht einmal mit einer Kamera rum mit Positionserfassung und holt sich dann Features und wenn man zum Beispiel so ein Feature in Form von das ist jetzt das Schild oder das ist diese Struktur und man sieht sie wie man sich bewegt das kann man natürlich auch benutzen also Features als Schilder macht ja eigentlich nicht so viel Sinn da wird in die Ecken da gehst du einmal mit dem mit dem Kanten-Detektor über das Bild vergleichst das mit der 3D-Karte das ist ja Rechenaufwand ist ja nicht sehr gering damit kann man es ja unglaublich gut machen weil Ecken ist so das Feature was du auch wirklich überall wieder findest weil sonst hast du das Problem die nicht richtig zu mappen und ja stimmt also die waren ja da wäre auch noch gar nicht gedacht aber ich weiß nicht ob sie es da machen wäre ich meine man hält das Smartphone ja eigentlich schon immer so dass man genau Boden und Ecken super sieht also es bietet sich ja eigentlich unglaublich an wenn man es hier gerade auch in dem Bild sehr schön sieht wenn du da einen Kanten-Detektor rüberlaufen lässt das mit dem 3D-Modell vergleichst so was sollte man vielleicht auch mal machen klar also es gibt da es ist ein sehr interessantes Feld finde ich und da kann man noch sehr viel mal aufbauen ja dann bedanke ich mich nochmal bei euch dreien recht herzlich Applaus 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 Applaus